Musik David, wie viele Leute sind heute im Einsatz? Heute sind acht Personen im Einsatz hier im Stallteam. Jetzt können wir am Morgen zuerst futteren, melken, misten, dann streuen. Dann gehen wir um 20.30 Uhr zum Morgen an und um 20.30 Uhr können wir die Kühe waschen. Dann sind wir ungefähr um 20.30 Uhr vorfertig und dann können wir noch waschen, dann werden wir bereit. Nachher werden wir um 20.00 Uhr die BA beginnt. Werden die Kühe jeden Morgen gewaschen? Ja, wir nehmen jede Kühe raus. Einfach die Munien bleiben drin, die wir am Platz waschen, putzen, aber sonst kommt jede Kühe raus und wird mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt und gewaschen. Wann starte ich am Morgen im Stall? Um 20.30 Uhr, wenn wir eigentlich nicht melken können. Plus, minus 20.00 Uhr. Und da habt ihr wie viele Jungzüchter im Gesamtteam für die BA abzudecken? Es sind zwei Personen bei den Jungzüchtern im Laufstall und dann sind acht Personen hier beim Grosse Vieh. Und dann ist noch eine Person, die klein Vieh betreut, die Gesellschaft, die auch Jungzüchter ist, die das gut betreuen. Wir sind auf dem Lager der Redholstein-Kühe. Am Melken ist die Beldona vom Schmutz Adrian und Jonas von Oettingen. Das Vorderst ist die Galanda M vom Graberschac von Sornetan. Das Vorderst ist die Galanda M vom Schmutz. Das Vorderst ist die Galanda M vom Schmutz. Das Vorderst ist die Galanda M vom Schmutz. Das ist die Galanda M vom Schmutz-Kühe, das ist die Galanda M vom Schmutz. Ich habe es auf die Schmutzenschargen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR